Hello, Class 4! This is my last video for this school year. Das ist das letzte Video für heuer. Ihr sollt im Bumblebee Workbook auf der Seite 5 noch einmal die Übung 1 anschauen. Ihr hattet dort fünf verschiedene Schulsachen, die ihr in der korrekten Farbe anmalen solltet. Jetzt sollt ihr die Sätzchen in euer Vokabelheft schreiben. Das heißt, ich habe euch auch beim Blatt mit den Erklärungen einen Beispielsatz schon hingeschrieben. The folder is read. So schreibt ihr für alle fünf Gegenstände einen Satz. Danach sollt ihr euch noch selbst vier Sätzchen zu anderen Schulsachen ausdenken und passend dazu zeichnen. Das heißt, ihr habt am Ende neun Sätze in eurem Vokabelheft und vier Bilder. Außerdem habt ihr bei euren Fotokopien den Schoolbag Rap. Rap, das kennt ihr aus dem Radio, aus verschiedenen Musikvideos. Das ist ein Sprechgesang und genau das wollten wir auch versuchen. In dieser Woche sollt ihr es üben. In der nächsten Woche bekomme ich von euch eine Audioaufnahme, wo ihr es selbst aufgenommen habt. Wir schauen uns zuerst zwei, drei Sachen im Text an. Das heißt, ich möchte, dass du mit mir rappst. Clap, clap, clap. Damit ist die Klatschbewegung gemeint. Come, take your schoolbag. Komm, hol deine Schultasche. Sit down and look. Das versteht ihr natürlich. Setz dich und schau. There's, das heißt, there is und bedeutet, dort ist. Danach heißt es, take out your pencil case. Take out bedeutet, hole heraus. Hole deine Griffelschachtel heraus. Open it. Öffne sie und dann. Ich werde euch jetzt den ganzen Schoolbag Rap einmal vorsprechen, einmal langsamer zum Anfangen und danach mit ein bisschen mehr Rhythmus. I want you to rap with me. Clap, 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 clap. Clap, 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 the schoolbag rap. Come, take your schoolbag. Sit down and look. Clap, 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 clap. Clap, 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 the schoolbag rap. Take out your pencil case. Open it and then. There's a pen. There's a pen. There's a pen. Clap, 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 clap. The schoolbag rap. Clap, 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 clap. The schoolbag rap. One, two, three. One, two, three. I want you to rap with me. Und jetzt noch die etwas schnellere Variante. Ihr könnt dann selbst entscheiden, wie ihr es aufnehmen wollt, wie es gut für euch funktioniert. The schoolbag rap. One, two, three. One, two, three. I want you to rap with me. Clap, 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 the schoolbag rap. Clap, 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 the schoolbag rap. Come, take your schoolbag. Sit down and look. There's a pencil. There's a book. Clap, 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 the schoolbag rap. Clap, 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 the schoolbag rap. Take out your pencil case. Open it and then. There's a ruler. There's a pen. Clap, 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 the schoolbag rap. Clap, 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 the schoolbag rap. Clap, 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 clap